Von Tether Wolf Iyer Ich zeige dir, der Rebbe sei, in den Zeiten von alten Rebben es gewinnt Shogur in den vier Chassiden das Wort, der Stikel breit, was er hat, ist er deiner wie meiner. Es ist der Rebbe, der Rebbe, wie stark es gewinnt, in den Haväsi so bei Chassiden als ich vorhin sage, als der Stikel breit, was er hat, ist er deiner wie meiner. Woher mag ich dienen, mir ist deiner wie meiner. Als ich mag, ich gewinne deine wie meiner. Das heißt, bei Pashas, meint es, hast du jenem, sind noch mehr wie sich. Als ich den Kachas gewinnt, haben wir gefühlt, hast du auch, dass du jenem, dass du jenem, der Stikel breit, das ist der Rebbe. Das ist die Bibel, der Rebbe, das ist die Bibel. Und die Friede krebe auf den Tag. Aber die Frau ist, sieh an sich wie ihn. Das ist das Wort für Friede krebe auf den Tag. Ich habe auch noch ein paar Jahre, die Tag in der Worte sind. Wenn Sie so, dass sie wie ihn wie sich, ist, dass sie sich wie sich. Das ist stark. Die Frau zu sich ist stark. Aber dann ist sie, sieh an sich wie sich. Aber die Frau ist, dass sie sich nicht als Kalkesnis. Ich habe Liebe, sich und sie. Sie sagen, ich bin nicht auf jeden Fall... Ich habe Liebe, sich und sie. Ich habe Liebe, sich und sie. Ich habe Liebe, sich und sie. Es ist doch ein Bein, das Wort, das Sieg und die Magde gewinnen zu sich. Der Herr des Chalkes gewonnen hat, Also ich starte, also jene ist noch, es ist nicht beschadig, ob früher kommt sich, noch dann kommt jene. Es ist sich wie jene, jene ist noch, noch far mehr. Adgadäck kach ist der Heder des Chalkes zwischen Gieden.